Gnommen Sie bereit? Bisschen spät, aber wir sind noch kurz hoch, wann es mitgeht. Ich muss jetzt auch mal gucken. Es sind ja scheinbar, da sind ja auch da ein Haufen, da sind jede Menge interessante Leute da. Der Herr Wäsch, der Herr Neis von der richtigen Menge Erfolgsbank, richtige urische Typen. Ach, und die Hühne, meine Kameraden von der Rode-Fraktion, von der Sparkasse, der Herr Groß, der amt Kerl, der gibt es in Rente. Man muss es freuen, ich darf es in Rente gehen. Ich finde es schade. War er denn nicht einer der letzten Mänger, der noch der Meinung war, dass der Lombardsatz zur Schutzpatron von der Apotheke ist? Ach, und der Herr Bälder huckt Adel. Alter Schwede, der Herr Bälder, der neue Große, der steht ja für das Moderne. Ohne Krawatt. Und der hat jetzt noch mal Korg-Geld hingestellt. Ich kann ehrlich sagen, der hat ein Kohl-System aufgebaut. Ruf mich so auf, Kohl? Nee, der ruft mich hier hoch an. Sag, du pass mal auf, Anna, da ist deine Sparkasse. Nee, eine Sparkasse. Ruft mich an. Und ich sagte, und, was kann? Ich sagte, anders, der Konto, das ist mit 1.500 Euro überzogen. Och ja, und ich sagte, und? Ich war da mein Konto vor 3,5 Wochen. Sag, das hat die nicht gewusst. Da ist sie dann durch meine Bank oder meine Sparkasse. Ich so, und zurückkommt, loscht meine Sparkasse. Hat mein Telefonhörer in die Hand gerufen. Und hat zu mir gesagt, ei, anders. Da war dein Konto noch 3,5.000 Euro im Plus. Da hann ich gesagt, und? Hann ich zu euch angerufen? Ja, ich fang mir mal weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin da ja fattisch mit, nö. Da sag ich mir, was Mama dann jetzt anhängt jetzt der Motor an. Weil ich nehme doch deine Konto schon 5,3 Jahre alt. Ja, doch, wacken doch, die ne. Ach, jetzt haben wir da jetzt noch ein neuer, der Junge. Auch ohne Krawatteismann, Patrick Ramo. Auch hab ich gesagt, bin ich schön zu gut. Geh ich mir bein und guck mal, ob du von dem einen Kredit kriegst. Mit Beziehungen. Nein, weil ich lacht das ja so. Da bin ich bei denen, hab ich ja passen auf, Patrick Ramo. Ich brauchst einen kleinen Kredit. Das ist aber sehr viel mehr Eier, da brauchst du Sicherheit. Gut. Da bin ich das Dicker drum. Da haben wir mal auf den Haaren drüber drauf. An den Arm gezogen, bin immer zurück in die Bandbeine. Da sagt er zu mir, sag mal einer, ich hast nur noch eine Tasse im Stamm. Ich bin mir ehrlich, da hat er recht. Da hätt ich selbst nicht dran denken müssen. Jo, was will ich noch machen? Das wird aber noch besser. Die sind sich am Bett, das geht, das gibt alle schon wieder. Aber ihr leid, ich bin wirklich froh, dass ich wirklich mal noch mit dem rauskommen bin. Wie ist ihr mein, so auf die Nerven gegangen? Der blöde Virus. Wir sind ja nirgends wo mehr hinkommen. Wir konnten nicht in die Kneipe, wir konnten die Kameraden nicht treffen. Nur unsere, die Eignung um die Ohren gehabt. Alter Schweden, das war für mich, für mich war das so schlimm. Da schreibt die noch in der Zeitung, dass wir auch Kinder auf die Welt kommen. Ich frage mich schon, wie soll das gehen? Wir sind doch nie im Zinko. Wir leiten nicht heute Virus im Haus. Vor im Haus, hinterm Haus, im Haus. Jeder bei uns selber hat ein Virus gehabt, nur meins nicht. Jetzt stelle ich mir schon die ganze Zeit die Frage, wenn der Virus meins schon nicht wollt, warum soll es ich dann doch noch wollen? Na ja. Da haben sie noch geschrieben, man soll ja mal in der Pandemie, man hat ja Zeit, man kann jetzt mal die Hände ein bisschen aufräumen, man soll sich mal von dem trennen, was man die letzten 24 Monate benutzt hat. Hat mir auch so aussehen gebracht. Man hat erst auch probiert, mit einem rauszukommen. Und ja Leute, wenn du dann so als Mann, dann so auf dem Handy bist, und du kriegst schon mal mit, wie der Handy-Uhr wirklich tickt, hast du doch wieder nicht mitgekriegt, wenn du immer so auf der Arbeit bist. Ich hab mich immer noch gewundert, ich hab's den Herr erst gar nicht mehr probiert, ich hab meine Frau, ich hab meins vor zehn Uhr nicht auf dem Handy gekriegt. Heut weiß ich warum. Da war das noch nicht im Bad und hat sich geschminkt. Und dann hat das Handy sein Gesicht nicht erkannt. Mein lieber Mann. Bedienung bringen wir, dann muss ich nur hier nur ein Bier. Und im Schlagzeuge können wir auch eins bringen. Es tut sich mächtig. Es tut sich mächtig.